Neue Aufnahme für mich und wir schauen mal, wie es weiter geht. Ich glaube, genau, Vectron-Teile hießen die Dinger, ne? Vectron-Teile? Ja, ganz genau. Das sind die, die wir brauchen, um die Forscher zu bekommen. Und wir brauchen pro Haus sechs. Okay, wie stelle ich die her? Aus Schrott und Plastik-Nons. Warte, ich habe sechs Sachen offen. Was? Okay. Ja, gut, okay, weil das Lager voll ist. Vielleicht sind deswegen die Bilanzen gerade so bescheiden. Öl. Gas macht Sinn. Plastik-Nons macht irgendwie keinen Sinn. Ich weiß nicht, was an diesem Tag passiert ist. Wenn der voll ist, kommt die 318, oder? Ja. Ich habe keine Ahnung, warum die alle Minos sind. Ja, also, wir gehen auf jeden Fall erstmal nach Ulmge. In die 4. Ganz genau. So, hier haben wir nämlich Vectron-Schrott. Äh, das Problem ist, feindliche Boden. Ja, ich gehe mal fest davon aus, wenn ich da jetzt was baue. Äh, wir haben mal kämpfen müssen. Ah, ich brauche Gold-Nuggets. No way. Okay, wir brauchen als erstes Gold-Nuggets. So, kriegen wir hier noch irgendwo Gold-Nuggets raus. Jo, Bahnhof. Boah, ich glaube, ich habe hier fast alles abgerabbelt auf Stufe 3. Außer auf dieser einen Insel. Ach, guck mal hier. Eine Brücke. Dann. Dann haben wir noch eine Gold-Ader. Ich mache mal ein bisschen schneller. Äh, Gold-Ader. Schrott-Ader. Und hier haben wir noch... Rubine. Quatsch. Aber ich glaube, dann sind wir auch durch. Wie gesagt, bis auf dieser eine Insel. Ach, guck mal, hier geht es auch noch weiter. Gut, hier müssen wir auch noch mal kämpfen. Also, kämpfen lassen. Wir selber kämpfen ja nicht. Da haben wir auch noch mal Gold-Nuggets. Ich weiß, wir bekommen Gold-Nuggets auch von... Äh, vom Bahnhof. Die können wir eintauschen. Das ist nicht der Stamper. So, ich mache mal hier den... den Boom erstmal fertig. Oh, da haben wir... Nein. Ach doch, da. Da haben wir Gas. Oh, das ist natürlich super. Oh ja. Die Gas-Ader... Zapfe ich auch noch mal an. Nein. Hinderarbeiter. Gold-Sucher. Bringt. Oh, der wette gelegentlich Gold. Schön. So, Gas. Ich mache das. Und ich mache... Und ich mache... Ich mache mal das. schon mal das. Und schon mal das. So, dann kommt... noch mal Gas dazu. Und hier haben wir unseren... Kollegen. So, und dann haben wir tatsächlich... glaube ich... alles, was diese Karte... an Ressourcen beherbergt... ausgeschöpft. Ich glaube, mehr geht auch nicht. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht noch... irgendwo was versteckt ist. Aber ich glaube fast nicht. Stein, Herde... Stein, Herde... Äh... Ne. Ne. Da ist aus. der Bahnhof. Äh, der Tugsam Bahnhof eingetroffen. Okay. Gut. Dann kommt jetzt... alles automatisch an, ne? Genau. Sehr schön. Hier kommt schon mal Gas. Ja, hier kommt auch irgendwas raus. Ach so, noch mal Gas. Da hätten wir Schrott. Brauchen wir Schrott. Ach, guck mal. Jetzt haben sich auch... die Dinger hier alle aktualisiert. Sehr schön. Okay, Gas ist bei Null. Das ist okay. Mal gucken. Vielleicht wird es jetzt auch noch... ein bisschen besser... durch die zweite Gasader. Öl, Öl. Ich weiß, hier hinten... war irgendwo, glaube ich, nochmal Gas, ne? Da kann man es ja auch einfach halten. Ja. Ja, da ist nochmal Gas. Gut. So. Ein paar Nuggets haben wir wieder. Das bedeutet... Vier Verteidiger. Ich brauche unbedingt... Habe ich zufällig... Nee, gutes Handschaden. Äh, eine Erweiterung. Hier, das durch. Äh... Das nehmen wir raus. Und stecken da so vier. So, dann sind wir hier nämlich bei sieben. Ja, ich weiß. Die gehen alle verloren gleich. Und wir gucken mal kurz im Bahnhof. Guck mal, Gold. Ah, Schürfer sehe ich nicht. Produktion sehe ich gerade auch nicht. Ach so, das hier können wir übrigens auch mal, äh... Handel löschen. Mit... Ja, ja, alles gut. Äh, mit 229.000 sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. So, dann werden wir jetzt mal... Vektron uns besorgen. Und dann dürfte theoretisch die feindlichen Gruppen kommen, richtig? Okay, sehr gut. Bestein, Erde, guck mal hier. So, ich versuche mal hier alles abzugrabbeln, was hier irgendwie möglich ist. Wer bist du denn? Ach, du bist hier auch so eine Tür, ne? Okay. Was baue ich hier eigentlich gerade ab? Es ist irgendwas anderes. Es ist nicht Vektron. Ach, okay, ich muss das umwandeln. Okay. Äh, ich würde es hier mit hinsetzen. So. Okay, jetzt fehlen mir theoretisch Forscher. Aber das ist, glaube ich, normal. Äh, Produktionsschank ist 25. Haben wir eh gerade übrig. Können wir nochmal reinsetzen. So, und dann haben wir jetzt zu wenig Plastik-Nons. Das können wir aber relativ schnell lösen als Problem. Ja, und Vektronschrott. Da brauche ich mal eine Mine. Da müssen wir mal gucken. So, wir gehen erstmal ganz kurz hier hin. Und machen nochmal Plastik-Nons. Ja. So. Perfekt. Äh, Schürfer müsste ich vielleicht nochmal setzen. Okay, das ist einer. Äh, 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 äh. Wollen wir denn hier noch ein bisschen mehr Platz? Hier hätten wir nochmal ein bisschen mehr Platz. Ach, fuck, es fehlt an Nuggets. Das ist der Kacke. Ja gut, aber wir haben noch vier, das ist okay. Ist hier irgendwie los? Ach, Nestangriff. Okay, zwei Sekunden, eine Sekunde, los geht's. You will be attacked. Naja. Wird schon schief gehen. Ein Nest hat einen neuen Feind hervorgebracht. Ein Nest hat einen neuen Feind hervorgebracht. Ach, wir könnten übrigens mal... Hier haben wir Verteidigung. Ich hab doch hier irgendwo noch so eine Dinger rumstehen, oder? Habe ich diese ganze Verteidigung nach hier vorne geschleppt? Ich würd hier vielleicht noch einen Granatenturm setzen. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. So, aber das wird schon schief gehen. Wunderbar. So, dann Upgrades. Forscher. Dann haben wir erstmal genug Forscher. Wartet auf Ressourcen. Die Wungen... Ja, das müssen wir angehen. Okay, so, dann haben wir Vectrons. Was ist denn... Was fehlt euch denn theoretisch? Gar nichts. Ich brauche einfach nur erstmal mehr Vectrons. Für die Spruh-Dieselfabrik. Eine Maschine wurde ausgeschaltet. Ja, ja, ist... Hätte besser laufen können, aber ist okay. Weniger Arbeitskräfte. Findet gelegentlich Werkzeuge. Findet ich unwichtig. So, ich mach mal ein bisschen langsamer jetzt. Also, ich brauch eine Vectron-Ader. Die sehen Vectron-Adern aus. Oh, perfekt. Verbrennt Schlingfallen und Feinde. Sehr gut. Ja, guck mal. Hier haben wir auch wieder diese komischen Dinger. So, neuer Fein. Und ich bräuchte vielleicht auch noch mal ein paar mehr... Äh... Arbeiter hier. Ja. So, ist hier irgendwo noch ein Problem mit der Statik? Ne, ne? Erstmal nicht. Alles gut. Ach, guck mal. Hier haben wir auch direkt... schon Gas und Wasser und Öl. Alter. Hier kann man so viel auf einen Schlag rüberholen. Super gut. So, hier muss ich auf jeden Fall Statik machen. Da brauche ich gar nicht überlegen. Ach so, weil hier ein Feind kommt. Oh Gott, sagen wir auch mal rennt ihr. So, da komme ich auch noch weiter mit... Mit den... Wächtern. Die wir aber alle haben. Also, das ist nicht das Problem. Oh, Statik ist gut. Vielleicht setzen wir eine Runde mal alles. Also, ich hätte gerne erstmal ein paar Mechaniker. Ich würde sagen, zwei Stück reichen dafür aber. Äh... Vielleicht machen wir hier so eine kleine Ecke Mechaniker. Ach ne, das geht gar nicht. Das ist eigentlich auch ungeil. Weil ich mir damit den ganzen Weg verbaue. Ja, so ist es noch akzeptabel. Weil dann könnte ich das Fließband hier durchleiten. Jetzt müssen wir jetzt gucken, dass wir hier durch die Mitte kommen. Und da drauf. So. Dann... Maschinen... Werkstatt. Die muss halt groß werden. Weil wir brauchen allein jetzt schon drei Maschinen. Warte, sind das? Keine Ahnung. So, Wasser. Öl. Das. Ah, fehlen Werkzeuge. Okay. Das ist auch ungünstig übrigens. So, dann weiter. Weiter, 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 weiter. Ich mach mal doch wieder ein bisschen schneller. Geht ja kaum voran hier. So, ich mach erstmal den Bereich, der safe ist. Nächster Zugpferd ein. So, verprügelt ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier kommen jetzt aber ein paar mehr raus. Aber unsere Wächter halten... ...alles auf, was irgendwie rauskommt aus den Wänden. So, dann brauchen wir auf jeden Fall wieder Stützen. So, wunderbar. Äh, da... ...da, da... ...da... ...da... ...hier haben wir auch nochmal einiges, ...das wir rausholen können und müssen. Ja, und hier müssen wir mal gucken, ob hier überhaupt noch... ...ja, doch. Hier sind auch nochmal Sachen, die mich interessieren. Ansonsten ressourcentechnisch haben wir, glaube ich, alles. Ich weiß gar nicht, ob ich Schürfe aktuell brauche. Vermutlich nicht, weil ich erstmal alles anschließe mit, äh, Fließbändern. Äh... ...Wiederbelebungsbonus. Exklusierung plus drei haben wir sogar noch offen. Ach, hier, hier verbräuch ich Wiederbelebungsbonus. Macht keinen Sinn. Hier macht's eher Sinn. So, kann ich denn jetzt hier ganz kurz Öl abbauen? Äh, Öl, Gas. Ja, wunderbar. Guck mal, wir haben übrigens gar keine Probleme gerade. Super gut. Ich weiß nicht, wo ich Vectron herkriege. Ja. Gibt es Vectron Adern? Ja. Brauche ich aber 100 Forscher für. Können wir ja nebenbei nochmal ein paar... ...holen. Okay, jetzt fehlen mir die. Und jetzt fehlen mir wieder die. So, ich denke, jetzt haben wir erstmal wieder eine gute Bilanz. Wunderbar. Wunderbar. Hm, gleichzeitig Lieferung und Lager. Hm. Steuerbonus auch sehr gut. Ja, das ist unnichtig. Okay, Bilanz ist plus 1000. Also alles super gut. Elektronschrott und Ersatzteile. Okay. Also dann eine zweite Ersatzteilfabrik. Die verursacht zumindest schon mal keine Probleme beim Schrott. Okay, sehr gut. Warum habe ich eigentlich Holz immer an? Sehr gut. Dann Vectron. Ja, wir müssen jetzt mal anfangen, die Dinger zu öffnen. Die Türen. Können wir das eigentlich auch wieder wegmachen? So, ich mache erstmal die mit den dreien. Oh mein Gott. Dickes fettes Fakju. Revolver. Okay, ich muss unbedingt das mit dem Waffenwerk statt hier machen. Waffenkammer. So, Stampfer sehe ich nicht, aber einen Granatturm sehe ich. Und so ein Ding. Ich habe nicht viel Angst. Ja, das ist ein Nest. Äh, dass hier jetzt vielleicht die ersten Angriffe kommen. Du heilige Scheiße. So, die Tür können wir öffnen und die Tür können wir auch öffnen. Die führen alle zum selben Raum. Ja, wir können hier alles wegreißen. So, hier wird es jetzt gleich wieder statisch. Eine Katastrophe. So, in drei Minuten kommen die ersten Feinde. Das hier ist eigentlich komplett unwichtig. Hier können wir übrigens auch noch ein bisschen was rausreißen. Ich weiß nicht, ob das nochmal einen bringt. Wahrscheinlich nicht, aber... Ah, schaffe ich noch den siebten? Ne. Jetzt würde ich den siebten schaffen. Und dann sind wir bei zehn. Ich gehe mal fast davon aus, dass hier unten dann auch Feierabend schon wieder ist, ne? Hier haben wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen... ...diese Zeug. Müssen wir eigentlich auch mal freilegen. So, da haben wir noch eine fette Kiste. Oh, Geld. Okay. Gut. Dann sind wir bereit für den... ...ja, hier, für die Abwehr. Ich weiß gar nicht, bräuchte ich hier noch irgendwas? Das Schürfer sehe ich halt gar nicht. Die werden auch alle nicht benötigt. Wienenarbeiter könnte man nochmal holen. Welches... ...ist hier vorbei? Ein Nest hat einen neuen Feind hervorgebracht. Nochmal. Schaufel und Schild. Woziert Feinde. Da unten kommen auch welche raus. Das ist ja scheiße. Na komm, dann bauen wir hier nochmal eine hin. So, ich denke, dann sind wir hier unten echt gut aufgestellt. Dann geht es hier eigentlich nur noch nach oben, ne? Genau. Ja, dann würde ich sagen, starten wir hier. Vielleicht setze ich hier nochmal eine Runde. Weil hier ist ja auch gar nichts, was wir sammeln können. Hier geht es wirklich nicht weiter, ne? Dann kann ich hier unten eigentlich alles voll klatschen mit... ...Wachen. So, scheint Kartenende zu sein. So, dann... ...geht es ja nur hier lang. Gut, die Tür können wir öffnen. Die Tür können wir öffnen, weil... ...ja, es geht obviously hier nicht weiter. Und wir können nur noch drüben. Alter, was ist das hier? Okay, dann müssen wir zerstören. Ach, das sind ja auch diese Ranken. Okay. Okay. Ja. 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 Vielen Dank.